Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA SA Rainbow Meisern. Wir werden mal wieder angerufen, ich würde sagen wir gehen mal ran. Hoffentlich hast du recht Smoke. Meine Balls, meine Balls. Nur die Leute, die eine valide Pilotslicense haben, können zu kommen. Yo, wir haben ihn jetzt. Ähm, ja, alles klar. Ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal ab, damit wir den Anruf nicht, wenn wir neu laden, nochmal hören müssen. Gut, man könnte ihn auch überspringen, aber egal, wir speichern das einfach mal ab. Und ja, in der letzten Folge haben wir einen kleinen Ausflug nach Liberty City gemacht. Und heute dachte ich mir, dass wir mal anfangen mit den Vorbereitungsmissionen für den großen Heist. Wann werden wir denn jetzt schon wieder angerufen? Ich sehe, Muerto stands better. Ich weiß einen Weg raus, um past Grove Street. CJ ist doing this thing top speed, dog. Okay, Big Smoke übernimmt schon wieder die Folge hier, größtenteils. Die ganze Big Smoke ist... Badass CJ, One-Man-Crime-Wave, an all-around-Ghetto-Store. Oh, yeah. Don't make an enemy of me, Carl. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. We all need some allies. You got that, right? Johnson-Boys rolling through. Just a few more, Holmes. Sound the alarm. The Pirates and Men's Dance. She's faster than most. Schickes Handy. We gotta hit those balls in the room. Schicke Antenne. Äh, ja, okay. Wie gesagt, ich speichere, damit wir den Anruf gleich nicht nochmal hören müssen. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Denn in dieser Folge wollte ich mal mit den Vorbereitungsmissionen für den großen Casino-Heist beginnen. Wir könnten jetzt auch eine weitere Mission bei den Triaden machen im Fort Rank. Shit, you're right. Shit, you're right. Shit. Das ist doch jetzt nicht immer der gleiche Anruf, der immer wieder getriggert wird, weil ich dann gleich direkt danach speichere, oder? Ich glaube nicht. Shit. Jetzt reicht's mir auch. Ich geh einfach rein, komm. Denn, äh, ja, wir fangen jetzt mit den Casino-Raub-Missionen an. Natürlich erstmal die Vorbereitung und so weiter. Wir könnten auch hier nach links gehen. Da ist ja die Mission, äh, Home in the Hills, glaube ich. Da, wo man nach Liberty City... Nee, nicht Liberty... Wo man nach Los Santos zurückkehrt. Aber das machen wir erst nach dem Casino-Raub. Eins nach dem anderen, dachte ich mir so. Deswegen geht's jetzt mit der ersten Casino-Heist-Missionen los. Die heißt... Architektural Espionage. Ja, ja, es ist total unauffällig da, wo ihr gerade seid. Es kann auch keiner reingucken. Das ist richtig gut. Und man hat einen guten Ausblick. Genau. Da würde ich das auch planen. Oh, yeah. Wisst ihr, Leute, was witzig gewesen wäre, wenn jetzt die Cutscene im Caligulas-Casino stattgefunden hätte und die darüber reden, ob sie einen Plan für das Caligulas-Casino haben. Oder wo wir sie einherbekommen. Und er kann... Er kann Tag und Nacht... Er kann den Tag-Nacht-Rhythmus einfach bestimmen. Draußen. Bist du sowas wie ein Gott-CJ? Kann das sein? Du brauchst eine Kamera, um die... Ja, okay, das. Mhm. Ja, die sind da irgendwie hinten. Den müssen wir überkacheln. Das kenne ich noch. Am besten ohne Stern. Das, äh... Ich glaube, der wird uns bemerken, wenn ich das jetzt da klaue, ne? Ich glaube nicht. Er ist weg. Okay, Leute. Dann lasst uns den mal ein bisschen überbrezeln, den Typ, der da hinten steht. Mit seiner Kamera. Wo ist er denn? Da vorne. Einen von den dreien kann ich mir aussuchen. Keine Fotos hier. Gut. Nimm dir die Kamera. Du hast die Kamera. Begib dich jetzt zum Gebäude der Planungsbehörde. Jawohl. Die Mission ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Jetzt müssen wir gleich ein Foto machen von dem Plan. Mach keinen Ärger. Oh Mann, oh, ich wollte aber Ärger machen. Ah ja. Mann, ich hätte auch mal gern so ein... Ja gut, hatte ich in der Flugschule auch mal so ein RC-Helikopter. Ne. War es ein Heli oder war es ein Flugzeug? Ich glaube, es war ein Flugzeug. Aber den RC-Heli, den hätte ich auch gerne mal. In irgendeiner Mission oder so. Oder die, äh... RC-Cam. Also dieser Blumentopf. Der heißt irgendwie RC-Cam. Habe ich mal im Wiki gelesen. City Planning Department. Ja, dann gehen wir doch mal rein, oder? Keinen Ärger machen. Ach so, wenn man hier eine Waffe ausfällt, dann haben die mal auch noch so einen Spruch gedrückt, ne? Ja, ich lasse es. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, joa. Ich würde nur ein kleines Foto machen und das auf Instagram veröffentlichen. Das ist alles. Also nichts Besonderes. Das Treppenhaus ist jetzt zugänglich. Klettern? Okay, klettern. Okay, ich würde einfach Treppensteigen sagen. Ich meine, das hat jetzt nicht viel mit Klettern zu tun, wenn man Treppen hoch geht. Aber okay. Was muss Rockstar ja wissen, wie sie das nennen? Bin ich hier eigentlich schon richtig? First Aid. Ne, ich bin nicht auch gerade. Ich hätte noch höher gemusst, ne? Wer atmet denn hier so schwer? Was ist denn los, Leute? Jetzt sind wir auf der richtigen Ebene. Du kannst die Casinopläne nicht fotografieren, wenn der Wachmann in der Nähe ist. Du musst ihn ablenken. Unten ist ein Dokumentenarchiv. Geh runter und sieh zu, ob du ein Ableckungsmanöver starten kannst. Ja, das können wir sicherlich machen. So. Ist das das Geräusch von dieser Klimaanlage? Oh Mann, ey. Die mach ich kaputt hier. Oh yeah. Der Feueralarm ist einfach so ein Technobeat. Geil, jetzt haben wir mal richtige Musik hier in der Mission. Wie geil ist das denn? Oh yeah. Lass mich durch, lass mich durch. Ich bin der Arzt. Ich muss durch. Ich muss die Menschen retten. Das ist meine Pflicht hier, deswegen bin ich hier. Oh yeah. Was haben wir denn da? Äh, schlechtes Bild. Okay, das geht nicht. Ich dachte, man kann vielleicht... Oh nein, jetzt kommt. Jetzt werden sie alarmiert. Das ist die letzte von ihnen. Das ist die letzte von ihnen. Let's move out. Es ist... Es bricht einfach Feuer aus. Die rufen die Feuerwehr und die Polizei. Und die Polizei kommt einfach mit einem Flammenwerfer hier rein. Das ist einfach... Hier wird noch gute Arbeit geleistet. Hier wird noch mit Dildos hier attackiert. Mit Kettensägen. Du, 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 du. Hell yeah. Hau mal ab damit, deinem Zäpfchen. Und damit kannst du auch fernbleiben. Hier hinter müsste wieder einer sein. Nee, okay. Hier aber jetzt. Holy. Oh, shit, man. Ich muss hier raus. Mann, räuchere das doch hier nicht noch mehr zu. Ich sehe nichts. Übertreib die Lage nicht. Holy moly ist das hier. Zugeraucht hier. Zugeräuchert. Nein, oh, ein Nachtsichtgerät. Gar nicht so dumm. Ja, jetzt gerade. Soll ich mich auch mal aufsetzen? Oh yeah. So, bist du. Ich weiß, dass du da bist. Oh, der hat uns fast erwischt. Drei Sterne. Oh, du denkst, ich werde aufgeben? Ist da einer? Der hat auch ein Nachtsichtgerät. Und eine gute Waffe. Huiuiui. Wo seid ihr? Oh, ey. Auf einmal ist er hinter mir. Auf einmal ist er hinter mir. Warte, scheiße. Nein. Auf einmal ist er hinter mir. Oh, Mann, ey. Mann, der Beat war so cool gerade. Okay. Wir gehen das einfach nochmal an. Mann, ich dachte mir, wo kommen die Schüsse her? Und dann ist er hinter mir. Er stand auf einmal hinter mir. Ist wieder einer hinter mir gespawnt. Oder ich habe den noch nicht übersehen. Ich habe eigentlich ganz gründlich geguckt, meiner Meinung nach. Aber ist wohl wieder einer hinter mir gespawnt. Naja, egal. Hm. Hm. Das Motorrad hätte ich gerne. Danke. Okay. Gehen wir es an, Leute. Das schaffen wir doch. Das werden wir schaffen jetzt. Und ich möchte auch noch eine weitere Mission machen. Also so, äh, ja. Würde ich gerne, aber. Ich kriege einen Stern dafür, oder was? Wo ist denn die Kamera? Habe immer noch keine bekommen. Ich habe immer noch keine bekommen. Oh. Du hast die Kamera. Du fällst. Wow. Cooles Ausweichmanöver. Hast du das von Neo gelernt, oder wo? Woher? Kennst du diese Moves? Können Sie von hier unten? Nein, ich möchte einmal rüberklettern. Nimm sie doch auf. Du verhaftest mich jetzt nicht von hier unten. So. Das wäre wohl, äh, gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden jetzt. Im zweiten Versuch. Eine Schutzweste wäre gar nicht so verkehrt eigentlich. Hätte ich mir so überlege. Jetzt ist hier nicht irgendwo eine? Da hinten? Ne, das ist ein Polizeistern. Hm. Schade. Hätte ich mir gut vorstellen, dass da eine Weste drin ist. Hier ist bestimmt irgendwo eine, aber ich weiß echt nicht wo. Da vielleicht drin? Nö. Das muss man auch so hinbekommen. Aber die hatten ja jetzt schon nicht so gute Waffen, ne? Das war eigentlich echt schon gar nicht so schlecht. Außer dieser eine Typ, der auf einmal, äh, von hinten kam. Naja. Kannst du mal ein bisschen auf mein Bike aufpassen? Ich möchte mich gleich damit flüchten. Ja, 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 blablabla, komm. Ja, möchte ich gerne sehen. Ja, weiß ich. Ja, 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 ich weiß. Yes. Oh, komm, äh, äh, äh. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ich wollte schon mal ein bisschen vorauslaufen, weil ich jetzt... Naja, das schwöre ich hoch und heilig bei meinen Badelatschen. Okay, danke. Kann ich jetzt eigentlich vorher schon das Ding kaputt machen? Ohne dass ich... quasi... Wenn ich das jetzt schon kaputt mache, was passiert dann? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ah. Na, ah, ah, ah. Oh, nein, ich brenne. Nein. Oh, ich brenne nicht mehr. Sehr schön. Lass mich durch. Ich will erster sein. Nein, ich will erster sein. Willst du denn? Jetzt reicht es mir langsam hier. So. Hm. Oh, nein. Nein. Ah, ist cool. Ja, definitiv, Mann. Wenn der jetzt hier... Hui. Kommen noch ein paar. Noch mehr? Ja, klar. Immer doch. Nichts wie raus hier, Leute. Jetzt schaffen wir das. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ungefährlich. Hier könnte mal einer kommen. Ist doch irgendwo auch ein Automat, ne? Ein Snack-Automat. Jawohl. Das hätte ich gerade mal machen können. Aber jetzt weiß ich es ja. Dann kann ich ihm einfach hier dann immer mal ein Snack gönnen. Oder ein Getränk. Wenn das Leben jetzt mal knapp werden sollte. Hier hinter müsste wieder einer sein. Nee, dann hier hinter. Shit, der hat ne gute Waffe. Okay. Easy. Ist hier hinter einer? Ja, was hat er für ne Waffe? Auch wieder nicht schlecht. Shotgun sogar. Huiuiuiuiuiui. Ja, wo ist der Typ mit dem Raketenwerfer? Okay, Nachtsichtgerät. Ungefährlich. Das ist aber jetzt ein bisschen, äh... Shit. Muss er weg. Nein. Ist er mit der Schaufel! Oh! Gruselig, ey. Man sieht hier nichts und dann kommt einer mit der Schaufel an auf einmal. So, komm. Können wir uns erstmal einen kleinen Snack, würde ich sagen. So, ja. Oder ein paar mehr. Ich hoffe, jetzt kommt hier gerade. Nein, 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 nein. Wo bist du? Zeig mir dein Gesicht. Das will ich mir merken. Oh, Leute, ich schwöre euch. Wenn ich jetzt gleich wieder da unten bin. Also quasi im Eingangsbereich fast bin. Dann werde ich einfach... Ich werde einfach... Ich werde einfach durchrennen. Ich werde einfach durchrennen. Weil sonst kommen die Leute wieder von hinten und das geht nicht. Das ist dann auch wieder blöd. Oh, Mann. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder in der, äh... Wenn wir, äh... Ja, wenn es wieder losgeht, wenn die Cops wieder kommen und so weiter. Bis gleich, Leute. Okay, Leute. Es ist wieder soweit. Ich hoffe, diesmal stelle ich mich besser an. Oh, mit dem Feuerlöscher. Das ist nicht mal so ziemlich nützlich. Na komm. Ich weiß, da kommen noch vier oder... Vier oder fünf Leute noch an. Nächster... Der Nächste. Der Nächste, bitte. Oh, da ist er. Mit dem Fallschirm. Uhu. Herrlich. Uhu. Mit dem Nachtsichtgerät. Aber wenn das so bleibt, ist das nett. Das ist nicht so nett. Oh, nett gemeint, aber... Damit hältst du CJ nicht auf. Ich hab immer Angst, dass einer hier mit der Minigang steht. So wie vorhin. Und ich hab nicht mal sein Gesicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wer er war. So, Leute. Jetzt renne ich einfach durch. Nee, geht's noch weiter. Jetzt aber gleich. Ich schwör euch, Leute. Ich renne einfach. Um mein Leben. Ich renne um mein Leben. Ich renne um mein Leben. Wow. Okay, hat mich gefehlt. Easy. Noch zwei Sterne. Up in den Van. Oh, shit. Vier Sterne. Bring den Film zum Hinterhof. Okay. Jetzt haben wir es ja quasi geschafft. Vier Sterne. Was wollen die Cops jetzt machen? Ich seh hier nicht mal welche. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Fragt man sich da. In Zeiten wie diesen. Okay, da sind sie. Ich hab nichts gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Da sind sie. Oh. Meine Fresse. Und da spaziert er da ganz, ganz ruhig da rein. Und, äh, ja. Wird jetzt überfahren. Nee, doch nicht. Ich will open fire. Es hat geklappt. Oh. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber, ja, gut. Das mit dem Durchrennen war dann doch die beste Idee. Oh yeah, that's horrible. Und da hinten standen sie. Oder stehen sie immer noch. Die Cops. Kriegt man nicht eine volle Schutzweste, wenn man da einsteigt? Das muss ich eben mal testen. Yay. Da hab ich doch meine Schutzweste. So, ich speichere kurz ab. Und dann. Ich brauche nicht rangehen. Brauche da nicht rangehen jetzt ans Telefon. Das ist nicht wichtig. Wir machen auf jeden Fall noch eine weitere Mission. Ja, jetzt ist Schluss hier. Jetzt müssen wir aber noch mal eine zweite Mission. Das ist auf jeden Fall noch drin. Und dann in der nächsten Folge machen wir dann natürlich weiter. Also wir machen jetzt weiter, bis wir damit durch sind. Auch das auf jeden Fall. Und dann kehren wir zurück nach Los Santos. Aber so weit ist es noch nicht. Erstmal kommt Key to her heart. Auch nicht die Mission. Sind seid ihr schon wieder unter Wasser? Oder wo sind wir da? Was ist das da? Oder seid ihr auf dem Mond? Oder wo sind wir hier? Aber er guckt aufmerksam zu, der Wusi. Und das ist doch wohl, er blind ist. Er hat die Augen ziemlich weit offen. Oh, das ist so schön. Ist das auch eine Original-Cutscene da drin? Das Love is Poster? Oder ist das jetzt einfach durch einen Rainbow Meiser? Oh, das ist so schön. Okay, cool. Das ist der Security-Card-Reeder, der hat 0 Cent. Und jetzt alles, was wir tun müssen, ist, einen von diesen Fahrten zu bekommen. Hm. Mit dem da? Mit dem RC? Heli da oder was? Oh mein Gott, das geht ja. Yeah. Dachte, da kann man nicht einsteigen. Wie geil ist das denn? Let's go, Leute. Auf geht's. Oh Mann, ey. Wo ist denn sein Kopf eigentlich? Ach da. Das sieht aus, als wenn der Heli einfach eine Cap nach hinten auf hat. Cool. Verdammt langsam, das Ding. Boah, nee, Leute, da brauche ich ja ewig. Ach, cool, cool zu wissen, dass man da einsteigen kann. Dass er barfuß ist. Ach, das ist ja auch so. Okay. Ja, gut. Ach komm, hopst da doch elegant rein, aber cool. Cooles Blau auf jeden Fall. Na egal, komm. Wir müssen jetzt, äh, das, äh, Herz von Millie Perkins erobern. Ach nee, das ist ja die. Oh, nicht das. Ja, genau. Hm. Ja, das ist natürlich. Jetzt müssen wir sie verfolgen und sowas. Och nö, da habe ich ja gar keine Lust zu. Genau. Normalerweise hat sie ein anderes Fahrzeug. Aber interessant, dass die Lackierung trotzdem so ist, wie bei ihrem normalen Fahrzeug. Wenn du ihr zu nahe kommst, erschrickt sie. Doch wenn ihr Vorsprung zu groß wird, verlierst du sie. Also ein schmaler Grat immer. Das Schreck-O-Meter ist wieder da. Das legendäre Schreck-O-Meter. Hallo. Hallo. Ich bin ganz unauffällig. Hallo. Hallo. Hey, die hupen mit. Ich finde das viel unnatürlich. Geil. Oh yeah. Da packt sie die Golfkeule aus. Oh, ich darf mich nicht ablenken lassen. Aber es ist gerade so spannend gewesen. Weg da. Wer wird den Kampf gewinnen? Wir werden es nie erfahren, Leute. Tragisch. Clowns Pockets. Entschuldige. Ich darf nicht schneller fahren. Sonst ist das Schreck-O-Meter und so. Du verstehst, ne? So, was man eben so hat. Ach ja. Hey, Avery. Alter Freund. Na, wie geht's? Zu der Zeit geht's dir noch gut. Später dann nicht mehr so. Ach ja, hier hält's ja an, ne? Ja, richtig. Jetzt kriegen wir auch ein schönes Kleidungsstück. Sie sind in den Sexshop gegangen. Folge ihr hinein. Ich folge ihr rein. Aber vorher fahr ich in sie rein. So, rein da. Ja, wo ist sie denn? Hm, hier ist sie. Smoke, das ist ja nicht immer normal, wie oft der da vorkommt. Du, jetzt möchte ich mich aber auch mal umziehen hier. Oh, yeah, Leute. Ah, die Goldkette ist noch dran. Das ist das Wichtigste. Das läuft, Leute. Das läuft. Jetzt müssen wir ihr folgen. Bla, blie, blub. Genau. Geh nicht zu dicht ran. Das ist verboten. Und sie hatten ihr Auto einfach mal so gewechselt. Können wir hier nicht einfach da hinten reinspringen, in die Holzbox da? Und da sollte man vielleicht mal was an den Reifen machen lassen, dass es nicht mehr alles so... so gerade. Aber egal. Passt schon. Ähm. Sie weiß irgendwie auch nicht so wirklich, wo lang, oder? Du wirst doch wohl nach Hause finden, oder? Nee. Ich weiß aber nicht, was ich von solchen Missionen halten soll, ne? Dass man hier immer auf Abstand bleiben muss und dann sich daran orientieren muss, wie die fahren. Und dann... Ja, dann befolgen sie mal die Verkehrsregeln und sowas. Das ist einfach nur unnötig in GTA. Ja, immer schön. Komm, grüne Welle, grüne Welle, komm. Nicht auf... Nein. Oh, gelb noch. Sonst hätten wir wieder so lange warten können. Millie, 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 hallo. Hallo, Millie. Ich falte mich unauffällig. Ach komm, wird grün. Oh, nein. Oha. Millie. Bist du denn drauf? Nichts und niemand kann sie aufhalten. Ich darf nicht näher ran, sonst kriegt sie einen Schreck. Ist auch gar nicht... Ist auch nicht so, dass das jetzt auffälliger ist, was wir jetzt machen. Aber gut. Wir müssen uns an die Spielregeln halten. Aber ich glaube, hier wohnt sie ungefähr, ne? Hier hinter der Brücke? Könnt ihr hinkommen? Äh, come on. Weiter. Come on. Hm. Angst? Ruhe. Ruhig. Angst? Ruhig. Ne, sie hat überhaupt gar nicht Angst bekommen. Na, Mädel, wo wohnst du denn bitte? Wenn jetzt ein Zug kommt, ne? Warum zur Hölle ist da bitte eine Ampel? Jetzt fährt weiter. Ja. Und da ist ein Rainbow da hinten. Seht ihr, wie schön er ist? Ah. Parke vor dem Haus. Oh ja, jetzt müssen wir ihren Freund da erledigen. Der Sexsklave. Den kill ich. Und zwar mit dem Rotorblatt von diesem RC-Spielzeug. Da ist er. Oh, ich bring dich um. Juhu. Ich kill dich. Ich nehme das Samurai-Schwert an mich. Und werde die finstere Taten nun begehen. Hallo. Ja, mit der Verkleidung nämlich. Hui. Das war der Scheiße. Jesus. Willst du das stoppen? Eingelochten. Hey, mein Cousin, just call me. Eingelocht. Take me home, Carl. You won't miss them. Warum, wie, wie, warum, äh, wackelt das denn hier so, Leute? Versteh ich nicht. Ist das ein Erdbeben? Oh, oh. Ich denke, du hast mich in der Nähe zu sehen. Genau. Tu mich ja auch so. Du kannst eine, du hast eine Freundin mehr. Du musst sie zum Essen ausführen, bevor du die, ja, ja. Muss, müssen, wir müssen gar nichts. Oh, der kommt, das machen wir noch jetzt. Ähm. Das machen wir jetzt noch. Überziehen wir ein bisschen. Millie. You gotta get a little more exercise, honey. Äh? Hey, go home and practice in front of a mirror. Ach, komm, man. Nice stove, fool. Kept your ass, give in. It's over. Stay away from the national guard. One gentleman to another. Hey, the building's starting to collapse. We gotta get out of here. Thanks. Ja, okay. Ach, jetzt hat er uns wahrscheinlich gesagt, jo, wir müssen mit ihr mal was machen. Sagen, wir beeindrucken sie so ein bisschen. Ich will sie jetzt ganz gerne in dieser Folge noch ausschalten, denn ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich sie richtig date, oder? Hey, guck mal, Baby, was für einen Sportwagen ich hier habe. Ui. Hier bin ich, hallo. Hallo, CJ, what's up? Was ist krank, beautiful? Let's go get some food. Das ist geported, ne, doch nicht. Ich stehe jetzt kurz aus. Verbrennende Hölle! Mann, bist du heiß, Millie. Heilige Scheiße. Deine Freundin ist tot. Oh nein. Oh nein. Tragisch. Und jetzt? Dachte, ich kann jetzt in ihre Bude. Hey! Ah, hey! Ich wollte die Keycard haben. Aua, sag mal. Sag mal. Nein! Nein! Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn's euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann, ey.